Was für ein toller Treffer aus ganz weiter Ferne, was für ein Traumtor, da haben sie ihm schlicht und ergreifend zu viel Platz gelassen und dass man das nicht tun sollte bei einem Spieler seines Formats, das hat er hier gezeigt. Was für ein Hammer, den er da auspackt, uiuiuiuiuiui!